hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal kreativ for all ich bin renate und möchte euch heute aus dem tollen neuen mini katalog 2021 meine bestellungen zeigen es sind doch einiges ist einiges geworden weil mir doch vieles gefallen hat und was zeige ich euch jetzt natürlich gibt es natürlich auch einiges aus der celebration broschüre zu sehen diese celebration broschüre könnt ihr wenn ihr meinen mini katalog bestellt habt ist er gratis noch dabei außerdem könnt ihr gratis artikel aus dieser celebration broschüre selbst bekommen das heißt wenn ihr für 60 euro bei mir bestellt kriegt ihr 1 einen artikel aus der celebration broschüre wenn ihr 120 für 120 euro was bestellt kriegt ihr natürlich zwei artikel und so weiter außerdem gibt es im hinteren teil des kataloges auch noch celebration sachen die gleich doppelten wert haben also 120 euro also wenn ihr für 120 euro was bestellt und ihr sagt nie die 62 60 euro produkte wollt ihr nicht dann bestellt euch halt eins der 120 120 euro produkte außergeben gibt es noch auf dem hintersten auf den hintersten seiten der broschüre die ich euch bis jetzt noch nicht zeigen darf auch noch ein zusätzliches gratis projekt dass ihr für ab 375 euro zusätzlich noch gratis dazu bekommt also bleibt einfach dran und schaut zu was euch vielleicht doch doch gefällt so an meinem letzten tag möchte ich euch noch die ganzen gratis produkte aus der celebration zeigen als erstes seht ihr wenn ihr die broschüre auf macht dieses schöne design papier das heißt papierblüten das könnt ihr für 60 euro erwerben also ihr kauft für 60 euro ein und könnt euch dieses schöne set aussuchen sind diese blüten vorne und das als zweites hinten drauf dann kommen diese blätterblüten und so eine so ein gestreiftes hier sind wieder blüten andere blüten schöne kreise und striche auf dunklem grund helle blüten 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 blätter und dann noch diese schöne blümchen und dieses oder ihr möchtet lieber für 60 euro die esel grüße auf vier hufen oder so gut wie perfekt die schlechte nachricht ich habe deinen geburtstag vergessen die gute dein alter auch oder schönen geburtstag wieder ein jahr älter na und bist du du bist und bleibst umwerfend manches wird mit dem alter immer besser du bist schon so gut wie perfekt eilmeldung geburtstage verlängern offenbar das leben studien belegen dass menschen mit viel geburtstagen länger leben als nächstes kann man wieder für 60 euro dass man vorher gezahlt hat das design papier ombre das ist diesmal sechs auf sechs inch nicht wie das vorhergehende mit dem blümchen das wort zwölf auf zwölf da sind ganz viele kreise also dunkel nach hell gestreift das ist grün das könnte grüner apfel sein und das sieht aus wie entweder brombeer muss ich glaube ja dann haben wir hier einen rosa kringel das sieht auf jeden fall aus wie türkis nähe wie im bermuda blau und da haben wir auch dann wieder den verlauf von hell nach dunkel nach hell oder hell nach dunkel für weitere 60 euro könnt ihr corner bouquet auch wieder einen gummi stempel zu legen oder als letztes heißt zusammen wir schaffen das zusammen ich kann deine probleme nicht für dich lösen aber ich stehe dir immer zur seite tut mir so leid für dich bin so froh dass ich dich habe vielen dank ich wünsche wünschte ich könnte dein herz irgendwie heilen diese produkte könnt ihr alle für jeweils 60 euro erwerben eins ist glaube ich noch das da ist es noch das müsste auch für 60 euro zu erwerben sein das ist nämlich auch zwölf auf zwölf bogen designpapier einmal die seite die andere habt ihr schon gesehen mit pünktchen dann haben wir so wie money gemalt hat die seite das haben wir noch die oder pünktchen tut mir leid ich war wieder mal man blüten und blätter da haben wir noch blaue blümchen und hier haben wir ganz viele blümchen und gestreift und ich glaube das war es das ist definitiv alles nur für 60 euro zu erwerben jeweils wenn ihr aus dem mini katalog oder aus dem jahres katalog von stampin up für mindestens 60 euro zahlt bestellt könnt ihr diese tollen produkte euch dazu bestellen da ist noch der das andere designpapier jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen was ihr für 120 euro haben möchtet dazu muss ich das die sachen erstmal zur seite legen auch natürlich den mini katalog der hat jetzt bei der celebration nichts verloren und zwar gibt es dieses schöne stempel set tinten traum beste wünsche vielen vieles liebes dankeschön hallo ich schick dir einen gruß für dich alles wird gut das ist ein ziemlich großes umfangreiches stempel set diese filigran motive können kann man hier auch noch hinterlegen dieses könnt ihr für 120 euro erwerben dann habe ich noch ein zweites das heißt fruchtige grüße mit der mit wieder diesen schönen bärchen erdbärchen da heißt es zum genießen fruchtige grüße vielen dank dass du mir so oft den tag versüßt und dazu gibt es auch noch ein designpapier also die zwei sachen gehören zusammen dieses designpapier heißt und da ist als erstes habt ihr ja sind heidelbeeren noch dabei noch ein karo kräftiges kariertes papier der rückseite dann ganz große leckere saftige erdbeeren ein anderes karo dann haben wir noch die heidelbeeren die haben wir dann in blau kariert im hintergrund da bin ich mir nicht sicher was das sein soll himbeeren vielleicht da sind noch mal erdbeeren und die roten erdbeer stücke und als letztes haben wir hier noch design erdbeeren keine ahnung aber ich glaube das sollen erdbeeren darstellen und noch mal blätter dieses set könnt ihr für sich für 120 euro erwerben und das ist auch ein 120 euro celebration set also wenn ihr für 120 euro was einkauft und ihr wollt tintentraum haben dann habt ihr dieses tolle stempel set euer eigen wenn ihr 180 euro zum beispiel habt dann könnt ihr euch ein 120 euro und eins nochmal für zum beispiel 60 euro dazu nehmen vielleicht gefällt euch ja die grüße mit den hufen am besten das wäre 120 und das wäre 60 für 60 euro dann könnten alle gastgeberinnen und auch die bei mir für minimum 375 euro und das ist wirklich viel geld aber die kriegt ihr so umsonst dazu dafür müsst ihr bloß 300 minimum 375 euro ausgeben und das gibt es wirklich nur in der celebration für gute besserung für dich ein herzliches dankeschön und alles für alles tut mir leid so schön dass es dich gibt an deinen deinen dann deinem tag blüht jede blume ganz allein für dich hey baby noch so klein und schon der größte schatz es tut mir leid alles liebe alles liebe und gute bravo herzens post von mir für dich da kann man die ovale die man vorher als stanze hatten bestimmt damit ausstanzen auch jetzt wollt ihr natürlich wissen was ihr hier gewinnen könnt aus allen kommentaren die ich unter diesem video sehe von der celebration werdet ihr aus diesen vier designpapier büten mache ich eine kombination und das können insgesamt zwei leute gewinnen es ist einmal dieses ombre motiv dann aus dem blumenwiesendesign papier was ihr hier sehen könnt dann und das aus diesem anderen blumendesign was ganz am anfang gibt papierblüten und das letzte mit den erdbeeren aus dem beeren sommer aus dem sommerbären motiven daraus mache ich eine kombination und das kann können insgesamt zwei leute gewinnen was ihr dafür tun müsst ist ganz einfach unter unten in die kommentare mir zu erklären ob euch das gefallen video gefallen habt oder nicht und welche stempel sets ihr gerne hättet ihr euch gerne aussuchen würdet das war es vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal eure nade tschüss